Guten Tag, hier die Zusammenfassung von dem, was Sie in unserem UN-Blog erwartet. Anlässlich des Besuchs des Papstes im Irak rief der Jesuitenflüchtlingsdienst im Irak die UNO und internationale Gemeinschaft auf, endlich zu handeln, um die Auslöschung der ethnisch-religiösen Gruppen der Jesiden durch den IS zu verhindern. Aushebung der Jesiden-Massengräber in dem kleinen irakischen Dorf Kojo durch das UN-Untersuchungsteam UNITAD. Das UN-Team wird von dem britischen Anwalt Karim Khan geleitet, der auch Vorsitzender des Internationalen Strafgerichtshofes in Den Haag ist. Aus unserem Archiv von 2014 einen auf den Punkt gebrachten Kommentar des Patriarchen der syrisch-katholischen Kirche von Antiochien über Politiker- und Minderheitenverfolgung in seinem Land. Und wir sprechen mit einem Betroffenen, einem binnenvertriebenen Jesiden, der für den Jesuitenflüchtlingsdienst in Scharia-Irak arbeitet. In dieser EWTN-UN-Blog-Ausgabe wollen wir dazu beitragen, das Bewusstsein dafür zu schärfen, was die meisten Länder der Welt als Völkermord an den Jesiden bezeichnen. Der kürzlich zu Ende gegangene Besuch des Papstes im Irak hatte den wohl jüngsten Völkermord der Geschichte wieder ins Rampenlicht gerückt. Unter so vielen, die gelitten haben, sind meine Gedanken bei den Jesiden. Unschuldige Opfer von sinnlosen und brutalen Gräueltaten, die wegen ihrer Religion verfolgt und getötet und deren Identität und Überleben gefährdet wurden. Am 3. August 2014 überfiel der IS die Terrormiliz den Norden des Irak mit dem Ziel, die jesidische Minderheit auszulöschen. Jesidische Männer, die sich weigerten, zum Islam zu konvertieren, wurden hingerichtet und in Massengräbern zurückgelassen. Verschleppung und Versklavung der Frauen und deren Kinder folgten. Dies war auch der Beginn des internationalen Kampfes gegen den selbsternannten islamischen Staat IS. Nach Angaben des Jesuitenflüchtlingsdienstes im Irak werden nach der Entführung von über 6.000 Jesiden während des Überfalls heute immer noch 2.768 Menschen, zumeist Frauen, vermisst. Im September 2014, also einen Monat nach dem Überfall auf den Irak durch den IS, angesichts der dramatischen Lage, trafen sich Religionsvertreter aus dem Nahen Osten bei der UNO in Genf. Der Patriarch der syrisch-katholischen Kirche brachte seine Frustration über die weltweite Ignoranz der Verfolgung von Glaubensminderheiten im Irak zum Ausdruck. Als Zeugen des Glaubens sind wir im Stich gelassen worden, sogar verraten worden von westlichen Politikern, die nur nach opportunistischen Gelegenheiten Ausschau halten. Heute, nahezu sieben Jahre später, scheint es so, als hätten weder die Vereinten Nationen noch die internationale Gemeinschaft und der Irak selbst wenig, wenn überhaupt, ernsthafte Absichten, die vermissten Jesiden zu suchen. Ich begrüße nun einen der Betroffenen, binnenvertriebener Jeside, und er arbeitet im Gemeindezentrum des Jesuiten-Flüchtlingsdienstes in Scharia im Irak, das hauptsächlich Jesiden betreut. Guten Tag, Talal! Ich bin sehr, Christian. Ich bin sehr froh. Die Jesuiten, gemeinsam mit über 30 Hilfsorganisationen, forderten kürzlich auf, ein Komitee zu bilden, um die vermissten Personen zu suchen. Soweit ich weiß, haben leider weder die Vereinten Nationen noch die internationale Gemeinschaft irgendetwas unternommen, um die verbleibenden ca. 2800 vermissten Jesiden zu retten, die sich noch immer in Gefangenschaft des IS befinden. Vor einigen Jahren waren der Jesiden-Rettungsdienst der kurdischen Regionalregierung in Den Haag sowie das Militärbündnis demokratischer Kräfte in Syrien die einzigen beiden Parteien, die die Rettung unterstützt haben. Aber leider tun die beiden Erwähnten derzeit nicht mehr so viel wie früher. Mit anderen Worten, derzeit unternimmt keine nationale oder internationale Regierung irgendwelche Schritte zur Rettung der vermissten Jesiden. Es gibt zwar einige Initiativen von Nichtregierungsorganisationen, jedoch ist eine Unterstützung durch die Regierung und die internationale Gemeinschaft notwendig, um voranzukommen oder weiterzumachen. Aushebung der Jesiden-Massengräber in dem kleinen irakischen Dorf Kojo. Hier wurden am 15. August 2014 etwa 600 Männer vom IS der terroristischen salafistischen Miliz ermordet und verscharrt. In Kojo wurden bisher sechs Massengräber gefunden. Das Untersuchungsteam UNITAT zur Förderung der Rechenschaftspflicht für von Daesh-IS begangene Verbrechen wurde 2017 vom UN-Sicherheitsrat eingerichtet. Ziel ist es, den IS zur Rechenschaft zu ziehen. Das Team sammelt Beweismaterial, das Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Völkermord darstellt. Der Leiter des Untersuchungsteams ist Karim Kahn. Herr Kahn ist ein britischer Anwalt mit mehr als 25 Jahren Erfahrung im internationalen Strafrecht und in Menschenrechten und ab Juni diesen Jahres auch Chefankläger des Internationalen Strafgerichtshofs in Den Haag. Der päpstliche Besuch bringe eine Botschaft der Heilung für die vom IS Betroffenen, sagte er. Talal, als Betroffener, als Jeside, sind Sie mit der Arbeit von Karim Kahn und UNITAT zufrieden? Ich persönlich bin mit der Arbeit von Karim Kahn zufrieden und schätze seinen Einsatz für die Jesiden, vor allem die Unterstützung durch UNITAT bei der Aushebung der Massengräber. Allerdings erwarten die Jesiden mehr und ich denke, sie verdienen auch mehr. Wir wollen die Verbrecher vor einem internationalen Gericht sehen, welches auch die Zeugenaussagen der jesidischen Überlebenden anhört und der Gerechtigkeit Genüge tut. Wir möchten auch alle Ergebnisse der UNITAT-Untersuchungen einsehen dürfen. Und wir warten immer noch darauf, dass UNITAT die Verbrechen des IS an den Jesiden als Völkermord anerkennt. Außerdem möchten wir, dass die noch verbleibenden Massengräber ausgehoben werden. Ich schätze die Arbeit von Karim Kahn auch deshalb so, weil er sich für Reformen im irakischen Recht einsetzt, um internationale Verbrechen wie Völkermord, Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit einzubeziehen. Ehrlich gesagt, die Jesiden glauben nicht, dass ihnen bis jetzt Gerechtigkeit widerfahren ist und fordern daher, dass sehr viel mehr getan wird. Herr Salih arbeitet für den Jesuitenflüchtlingsdienst, JRS, eine internationale katholische Hilfsorganisation der Jesuiten. Im vergangenen Jahr feierte der Flüchtlingsdienst sein 40-jähriges Bestehen, zu dem ihm sogar der gerade neu gewählte amerikanische Präsident gratulierte. Ich freue mich sehr, mit Ihnen allen den Jesuitenflüchtlingsdienst und sein 40-jähriges Bestehen zu feiern. Dies ist eine großartige Organisation, die gegründet wurde, um die Bedürfnisse einiger der Verletzlichsten unter den Flüchtlingen und Vertriebenen zu erfüllen. Der Jesuitendienst glaubt, dass wir im Fremden tatsächlich unserem Nächsten begegnen. Der Besuch von Papst Franziskus hat viel Aufmerksamkeit auf die Jesiden gelenkt. Kann und wird der Papst helfen, Maßnahmen zu ergreifen? Nun, Papst Franziskus hat oftmals darüber gesprochen und dass er ein Herz für die Jesiden habe. Ich selbst als Jeside und wir alle waren sehr glücklich, als wir das hörten. Es bedeutet uns natürlich sehr viel, aber wir wollen nicht nur, dass er ein Herz für uns hat, sondern er ein Fürsprecher auf der ganzen Welt für uns ist und auch entsprechend handelt. Der Papst ist wieder zurück in Rom und die Schlagzeilen über die anhaltende Not der Jesiden verschwinden. Was kann, was muss jetzt getan werden, Ihrer Meinung nach? Ich denke, dass der Irak einschließlich der Region Kurdistan sowie die internationale Gemeinschaft eine moralische Verpflichtung haben, dafür zu sorgen, dass nach diesem Völkermord die Jesiden sich vollständig rehabilitieren können. Es sind nun mehr als sieben Jahre her und noch immer lebt fast ein Drittel der Jesiden in Lagern im Nordirak, in der Türkei, in Kurdistan und in einem anderen Gebiet Kurdistans als Binnenvertriebene. Auch die Situation im Großraum von Sincha wird jeden Tag schlimmer. Dort bestehen viele Konflikte, die Lage ist nicht stabil, die Menschen haben Angst, in ihre Heimat zurückzukehren. Außerdem fehlen dort lebensnotwendige Dienstleistungen, die Infrastruktur ist zerstört, viele Häuser wurden vom IS ruiniert und bis heute nicht wieder aufgebaut. Und viele von ihnen sind leider mit Sprengfallen versehen. Tatsache ist, dass ohne die Unterstützung der internationalen Koalition weder die irakischen noch die kurdischen Streitkräfte in der Lage sein werden, die Jesiden und andere Minderheiten vor dem nächsten Völkermord im Irak zu schützen. Die Verbrechen des IS an Jesiden, Christen, Schabak und anderen Minderheiten wurden zwar international als Völkermord anerkannt, jedoch damit der internationale Strafgerichtshof in Den Haag unter Führung von Karim Khan den Völkermord offiziell vor Gericht bringen kann, wartet er nun zunächst auf die abschließenden Untersuchungsergebnisse seines Untersuchungsteams UNITAD. Sehr bürokratisch. Wie sagte der politische Kabarettist Dieter Hildebrandt, es hilft nichts, das Recht auf seiner Seite zu haben. Man muss auch mit der Justiz rechnen.